Moin und willkommen zu einem kurzen Infovideo und zwar eines, was ich normalerweise nicht machen würde und zwar ist dies ein Spendenaufruf. Selbstverständlich nicht für mich, denn ich bin offensichtlich steinreich. Nein, sondern es ist für das Team Be Inside e.V. Das ist nämlich ein deutsches Pro-Lol-Team und der ein oder andere wird es sogar bei der ESL Pro Series gesehen haben. Und dieses Team braucht eure Hilfe, denn sie haben sich für die Paris Gamer Week qualifiziert, was natürlich ein sehr, sehr großer Cup ist mit einem 10.000 Euro Preispool. Der einzige Haken an der ganzen Sache ist, dass sie die Hinreise und die Unterkunft noch bezahlen müssen und diese Spieler sind alles Studenten und wer von euch ein Student ist oder war oder noch werden wird, wird ziemlich schnell feststellen, dass es geldtechnisch sehr oft knapp ist. Deswegen ist dieses Team auf eine kleine Spende angewiesen. Ich selber habe mich bereits mit 20 Euro beteiligt und ich würde mich natürlich freuen, wenn auch der ein oder andere Euro vielleicht von euch fließen wird, damit die Jungs es nach Paris und auch hoffentlich wieder zurückschaffen und vielleicht sogar den ein oder anderen Titel mitbringen. Ich selber bin ja eigentlich ein großer Freund davon, wenn ein Underdog ein internationales Team gewinnt und wir wissen ja selber, dass das deutsche Pro-Gamer-Milieu sich erst noch behaupten muss, wenn man es mit dem internationalen Geschehen vergleicht. Deswegen go eSport und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr euch an dieser Hilfe beteiligen würdet. Wie ihr das macht, das läuft ganz einfach über die Beschreibung ab. Das heißt, ihr könnt unten gucken, da habe ich einen Reddit-Link, ich habe einen League of Legends Forum-Link, wo alles nochmal dasteht, wie ihr das Team unterstützen könnt und was ihr auch für die Unterstützung erhalten werdet. Gut, ich denke, das war's. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dem Team helfen würdet. Ich selber bin ja ein großer eSport-Fan und wünsche denen auf jeden Fall viel Glück. Haut rein und viel Spaß beim Ranked.